Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, es ist passiert. Der Patch 2.2 ist im PTU da und damit viele Veränderungen und die gehen wir jetzt Stück für Stück mit euch durch. Aber vorher kommt erstmal der Weasen mit dem, was ist eigentlich das PTU? Was ist eigentlich das PTU? Ganz wichtig, werden wir immer wieder gefragt, viele von euch wissen das auch schon. Bevor ein Patch live geht als offizieller Patch, gibt es erstmal eine PTU-Version, eine Testversion oder Public Testversion des Universe und das wird dann für alle Spieler, die einen Zugang haben, spielbar gemacht. Wenn dann die Fehler, die gröbsten, beseitigt sind, dann geht es für alle live. Ja, also auch diesem Fall wird es so sein, bei größeren Patches, dass es immer margenweise rausgeht, das heißt mit Einladungswellen, die kriegt man über E-Mail, werdet ihr eingeladen dazu, daran teilzunehmen und dann vor allem ganz deutlich den Issue-Counsel zu benutzen. Das heißt, alle Fehler, die man findet, immer melden oder bestätigen, wenn andere die schon eingetragen haben. Dafür ist das PTU da und dann geht es irgendwann live. Worüber wir jetzt sprechen ist, das, was wir jetzt schon wissen, was dann irgendwann live gehen wird, wenn die Fehler gröbstmöglich erstmal rausgebessert sind. Es ist ja schon sehr eindrucksvoll, ja, und da komme ich jetzt zu den Sternensystemen als erstes. Es ist ja schon sehr eindrucksvoll, wie groß eigentlich Crusader als Planet im Stenten-System und seine umliegenden Planeten, wie groß dieser Raum ist. Aber da wird jetzt ständig noch, ja, die Distanzen weiter vergrößert, verändert und das ist jetzt auch mit dem aktuellen PTU-Patch passiert. Die Distanzen wurden realistischer gestaltet, wurden vergrößert. Dadurch wurden die Comarays allerdings auch dann neu angerichtet, angerichtet, eingerichtet, positioniert, damit die, ja, entsprechend der Monde von Crusader und Crusader und Port Odisar eine gute Abdeckung schaffen. Dabei wurde auch eins gelöscht übrigens, das Comaray Nummer 8 ist rausgeflogen. Das war anscheinend nicht mehr nötig. Crusader hat gesagt, brauchen wir nicht, fliegt raus. Zu teuer? Zu teuer, genau, richtig. Ja, und da gibt es noch was anderes drumherum, nämlich vorher war es ja so, dass die Comarays, oder aktuell im Live-Patch ist es so, dass die Comarays nur aktiviert werden können, dass sie standardmäßig deaktiviert sind. Jetzt ist es so, dass sie eine Mischung sind aus aktiviert und deaktiviert. Da kommen wir in den Spielmechaniken gleich nochmal darauf hin, warum das so, weil es eben auf das ganze Monitoring- und Bounty-System übersetzt, also Überwachungs- und Kopfgeldsystem angeglichen wird, was es jetzt auch neu gibt. Was sich aber vor allem noch verändert hat, ist nicht nur die Locations, sondern auch die ICC-Probe. Das heißt, die Forschungsstation gibt es jetzt als festen Navigationspunkt im Quantum Drive. Da kann man jederzeit jetzt hinfliegen, muss sie also nicht erst freischalten und kann sich dort eine Forschungsmission abholen. Absolut. Und dieses neue System setzt jetzt auch neue Maßstäbe für die Spielmechanik. Ganz wichtig dadurch, dass es jetzt dieses, wie nennt das, Kopfgeld- und Überwachungssystem gibt, haben wir natürlich dadurch ein ganz neues Missionsspielgefühl. Und das zeichnet sich als erstes nieder, indem man sagt, es gibt was Neues im Hut. Und zwar in dem Spieler-Hat, was ihr jetzt selber habt, wenn ihr rumlauft. Da gibt es jetzt drei neue hübsche Icons. Ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar ist es, wenn man sich im überwachten Raum befindet, Das heißt, in diesem aktuell gemonitorten Raum sozusagen, da hat man ein kleines Icon oben links und das zeigt so eine Art Satelliten, der gerade Signale aussendet. Und da weiß man, aha, jetzt bin ich gerade im überwachten Raum. Und da werden dann alle Spielertätigkeiten, sag ich jetzt mal, quasi aufgezeichnet oder verfolgt. Dann gibt es natürlich als nächstes, das kennen wir alle schon, die Eigenschaft, dass wir in Green Zones erstmal safe sind und keine Waffen benutzen können. Dafür gibt es auch ein Symbol, das sind nämlich die durchgestrichenen Patronenhülsen oder Munitionskugeln, die signalisieren, ich bin in einer Green Zone, also kann ich meine Waffen nicht verwenden. Und zum Schluss gibt es noch eins, das ist auch was ganz Neues. Und zwar ist das tatsächlich der Gesucht-Status. Der wird oben angezeigt, indem man eine Zielscheibe sieht, auch als kleines Icon. Und deren Rand verfärbt sich mit jeder Stufe, die man mehr gesucht wird. Das heißt, es wird ein bisschen mehr orange und wird immer deutlicher, dass man jetzt den Gesucht-Status erreicht hat. Ja, und was es mit diesem Gesucht-System auf sich hat, da gehen wir jetzt gleich Stückchen für Stückchen drauf ein. Als erstes gehen wir nämlich erstmal auf das Überwachungssystem ein, was Crusader Industries da jetzt eingeführt hat. Vorher war es so, dass die Crusader-Kräfte, die da sind, dass die eigentlich nur gebunden waren an die Commerays. Jetzt weitet sich dieser Einfluss der Sicherheitskräfte deutlich aus. Wir finden sie jetzt auch vor, je nach Bedarfslage, am Port Olisar selber, also in der Nähe von Crusader direkt. Oder auch, wir finden sie vor bei den Commerays natürlich, bei den aktivierten Commerays, sind sie zuständig und agieren dementsprechend. Und natürlich auch noch in der, na, in der, äh, äh, ja, ha. Ach, wie Gott, die Reparaturstation. Cry Astro, hast du schon gesagt. Cry Astro habe ich auch schon gesagt. Hm, hast du schon gesagt. Da waren wir schon. Wow. Genau. Ähm, du hast es im Grunde richtig abgedeckt. Also da tauchen sie jetzt in jedem Fall auch auf. Also nochmal ganz kurz, Cry Astro, Port Olisar und die Commerays. So ist es, genau. Ja, so schwer war es ja gar nicht. So ist es. Und, äh, ja, das alles ist jetzt der sogenannte Überwachteraum. Das heißt, da möchte Crusader Industries jetzt für Sicherheit sorgen. Da die das nicht automatisch immer mit ihren eigenen Kräften können, haben sie da jetzt ein Monitoring-System eingeführt. Aktive Commerays, äh, Port Olisar und Cry Astro melden also Crusader Security, wenn da irgendein böser Junge irgendwelche Scherze treibt. Und, äh, weiter geht's da, dass man jetzt die Commerays auch deaktivieren kann. Das heißt, man kann da hinfliegen und, äh, ja, sie ausschalten. Dadurch wird es automatisch nicht mehr zum überwachten Raum. Und was nicht im überwachten Raum passiert, wird auch von niemandem bemerkt. Und da darf man sich also frei rumtreiben und kriegt keinen Gesucht-Status. Mhm. Das ist halt schon eine ganz andere, äh, Spielmechanik, weil wir hier jetzt tatsächlich halt jeder User für seinen, jeder User klingt zu trocken, jeder Spieler ist jetzt für sein Handeln verantwortlich. Und dadurch können dann Spieler schon, äh, ja, einen Grund finden zu interagieren, jemanden zu verfolgen, der offiziell verfolgt wird. Und ganz wichtig bei der Spielmechanik, Leute, die, ähm, ja, Leute, die etwas getan haben, die genug Punkte haben, die erscheinen dann auch schon als, äh, hostile gekennzeichnete Figuren. Beim Start in die Instanz, also wenn die Instanz selbst startet, werden die Commerays, die jetzt erstmal als wichtigsten sind, auch zufällig aktiviert und deaktiviert. Das heißt, es gibt ein paar, die sind aktiv, es gibt ein paar, die sind deaktiviert. Wenn man jetzt also selber in die Instanz joint, sieht man das gleich im Bildschirm, dass man sieht, aha, dieses und dieses, dieses Commerays deaktiviert und möchte gerne aktiviert werden. Ähm, wenn man eins selber aktiviert, und da kommen wir jetzt langsam zu der richtigen Bounty-Mechanik, der Kopfgeld-Mechanik, kriegt man eine Stufe, ähm, vom, ja, Gesucht-System. Das bedeutet, man ist gesucht, Stufe 1. Ähm, dies ist aber nicht kumulativ. Das heißt, wenn man drei verschiedene Commerays daroneinander deaktiviert, bleibt man trotzdem bei Stufe 1. Wirkt jetzt gerade so ein bisschen so nach Bagatellen, ne? Aber so, so einfach ist es nicht, sobald ihr so eine Tat vollbracht habt, was ist heute los? Sobald ihr sowas gemacht habt, äh, seid ihr auch für alle Spieler dann als Hostiles schon gekennzeichnet. Also es ist nicht ganz so harmlos, wie es jetzt klingt, aber neben Commerays deaktivieren als, äh, Strafbestand, äh, gilt auch das Abschießen von verlassenen Spielerschiffen oder, äh, einen Todesfall durch zum Beispiel Rahmen von anderen Schiffen. Schiffen. Auf der Landeplattform, genau. Genau, auf der Landeplattform. Da, äh, diese, diese drei Straftaten sozusagen, deaktivieren von Commerays, äh, abschießen von nicht besetzten Schiffen, also frei schwebenden Schiffen, oder das Rammen oder kollidieren mit einem Schiff auf der Landeplattform, das führt automatisch dazu, dass ihr eine Stufe gesucht Level kriegt, aber keine weiteren dafür. Also das heißt, wie gesagt, wenn ihr das wiederholt, da passiert dann nicht noch mehr. Äh, außerdem sollte man noch sagen, dass alle Spieler, die kein Gesucht Level haben, die kriegen automatisch eine Mission, wenn ein Commeray deaktiviert wurde. Das heißt, die kriegen dann die Mission, bitte, bitte wieder aktivieren. Und jetzt gehen wir weiter in die kumulativen Gesuchtstufen. Also wenn ich quasi leere Schiffe ramme oder leere Schiffe zerstöre, wo keiner dabei zu Schaden kommt, haben wir das nicht-kumulative System. Wenn ich natürlich jetzt einen Spieler töte oder ihn tot ramme, dann, äh, sind wir in dem kumulativen System und dafür können wir das sozusagen aufaddieren und am Ende können wir da sogar Stufe 5 erreichen. Also fünf Stufen gibt's im Gesucht Level, äh, für jede so eine Straftat, die ihr dort tut, wird sich, wird das Level ein Stück erhöht. Ja, und all das passiert aber nur, und ist ganz wichtig zu unterscheiden, wenn man sich im überwachten Raum befindet. Das heißt, rund um Porto Elisar, Cry Astro Stations oder bei einem aktivierten Commeray. Macht man sowas zum Beispiel beim Security Outpost oder bei, ähm, dem, wie heißt das, Covered-Combonex. Genau, danke dir. Äh, wenn man das da macht, dann, äh, kriegt man keinen Gesuchtstatus dafür. Also da müsst ihr genau aufpassen, wo ihr euch bewegt. Oder man plant das perfekte Verbrechen, lockt jemanden, wenn man sagt, man möchte eine Bockwurst verkaufen am Commeray so und so. Wenn er ankommt, schaltet man das Commeray aus, bringt ihn um und schaltet es danach wieder an. Richtig. Das wäre natürlich genauso ein Punkt. Also völlig richtig. Kein logisches Motiv, ja, äh, ein- und ausgeschaltet, nicht aufgezeichnet, also es ist sozusagen nie passiert. Ja, völlig richtig, ja. Das ist ein guter Exploit. Bis auf der Chat, ne? Ja, das ist natürlich, und außerdem, wenn du es ausschaltest, spawnt auch automatisch jetzt Crusader Security sozusagen und, äh, will dir hinterher. Aber gleichzeitig kommen auch Piraten und die kommen dir zur Hilfe wiederum. Also das heißt, die, ähm, KI kann jetzt unterscheiden, seid ihr Freund oder Feind. Wenn ihr gesucht seid, werden euch Piraten nicht angreifen von der KI. Wenn ihr aber, ähm, wie gesagt, nicht gesucht seid wiederum, werden die Piraten euch angreifen, aber Crusader wird euch nicht mehr angreifen und so weiter. Und wenn man gesucht ist und man ist in diesen Schutzzonen, dann spawnt Crusader Security. Ja, und dann, äh, wollen die einem sozusagen an Leib und Leben ran. Und das ist eben jetzt ein ganz, ganz interessanter Punkt. Denn in dem Moment kann man wirklich damit spielen, dass man sagt, jetzt bin ich im Gesucht-Level, jetzt wird's schwierig gerade bei der Cry Astro mich zu reparieren. Äh, denn dann kommt Crusader Security an und will einen ans Leder. Aber wenn ich mich in der Gegend von Piraten aufhalte, werden die nichts tun diesbezüglich. Ähm, außerdem muss man sagen, wenn man dann also den Oberverbrecher mimen möchte und Stufe 5 erreicht, ja, dann ist es so, dass eine globale Nachricht an alle Spieler in der Instanz, die kein Gesucht-Level haben, rausgeht und die mit der Bitte rausgeht, diesen Spieler mit diesem Handle jetzt bitte aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist auf jeden Fall eins der spannendsten neuen, äh, ja, Elemente in dem ganzen Spiel, weil auch gerade das Crash-Core kann dann Missionen planen und man guckt, was gerade passiert auf dem Server und tatsächlich sind jetzt auch die anderen Spieler motiviert, die Leute aufzuhalten. Hm, und wenn man das dann macht, dann kriegt man sogar eine Courtesy von Crusader Industries, heißt es also eine Belohnung dafür. Das dann heißt, wenn man einen Spieler mit Gesucht-Level 5 ausschaltet auf dem Server, dann kann man zurück nach Port Olisar fliegen, zurück in sein Quartier gehen und dort findet man eine Klaus & Werner ATT-4 Energy Rifle. Als Dankeschön. Wie liebenswert. Aber Vorsicht, Leute, bis jetzt ist es ja so, dass die ganzen Sachen, die da passieren, natürlich vom Reputationssystem oder von den Sachen, die wir da an Missionen machen, natürlich noch nicht permanent sind, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, absolut. So ist es auch mit dem Reputation ganz wichtig, dass du das sagst, denn wenn ich eine neue Spielsession reingehe, neue Spielsession eröffne, ist alles wieder auf Null gesetzt. Es ist erstmal gewiped wieder. Ja. Das ist, wir sind immer noch im nicht-permanenten Teil von Star Citizen. Aber es gibt auch Strafen. Und zwar da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt ein Gesucht-Level erreicht hat, das heißt, wenn man sich irgendwo als böser Bube aufgespielt hat, dann ist es so, wenn dann einer einen erwischt und du musst respawnen, dann hast du eine für jede Level-Stufe, die du gesucht bist, eine 30 Sekunden Zeitstrafe. Sie nennen das Jail Time, also Zeit, die man im Gefängnis verbringen muss. 30 Sekunden Zeitstrafe, bevor du aus deinem Quartier Porto-Luzar wieder raus darfst. Das heißt maximal zwei Minuten, weil nämlich bei fünf Sternen was anderes gilt. Da gibt es tatsächlich dann den Kick vom Server. Ja, wenn du also als Verbrecher rumfliegst mit Stufe 5 und dann erwischt dich einer, dann wirst du vom Server gekickt und dann musst du dir was Neues suchen. Und du kannst nicht wie spawnen, dementsprechend. Da ist jeder Unfall genauso gefährlich wie der Abschuss durch jemand anderes. So ist es. Ja, gut zusammengefasst. Man kann aber auch versuchen, ohne Gewalt sozusagen den Status loszuwerden. Und da gibt es zwei Wege für. Der erste Weg ist der, dass man sich also irgendwo hinbegibt, wo ein Möglichst jemand findet. Zum Beispiel versucht, seine Kreise um Jela zu ziehen durch den Asteroidengürtel. Denn für jede zehn Minuten, in denen man kein Verbrechen begeht, bekommt man eine Stufe aberkannt vom Gesuchslevel. Das heißt, für jede zehn Minuten wird man immer ein Stückchen runtergestuft. Das bedeutet aber auch, wenn man Stufe 5 hat, muss man schon 50 Minuten lang sich versuchen, aus allem rauszuhalten, um diesen Status loszuwerden. Da ist es vielleicht fast besser, sich dann lieber schnappen zu lassen und nochmal einen neuen Server zu suchen. Vielleicht, ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die aber auch sehr riskant ist, wie wir schon feststellen mussten. Und das ist der Security Outpost. Das ist ganz spannend, weil man kann jetzt da einbrechen tatsächlich. Ja, der ist ja eigentlich quasi noch nicht fertiggestellt, der Security Post. Aber diese Sicherheitsterminals in der Mitte, in der Lobby oder wie nennt man das, im Kommandozentrum der Station, da gibt es einen Computer, wo man sich reinhacken kann, in Anführungszeichen, und seinen Status um eine Stufe zurücknehmen kann. Ja, und das dauert, jeder Hack dauert eine Minute. Das heißt, das ist relativ einfach. Man geht ran, drückt Use und dann läuft eine Minute eine Progress Bar ab. Aber die Minute dauert, das dauert so seine Zeit. Vor allem ein Security Post. Genau. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass für jeden Hack, den man macht, wird nur ein Level zurückgenommen, nicht alles gewiped. Das heißt, man hackt und wenn man da fünf Level gesammelt hat, dann muss man da fünfmal, also fünf Minuten da rumstehen. Und man weiß, wer da schon mal unterwegs war, dass da ziemlich viele Leute auch scharf drauf sind, einfach auf dem FPS-Battle. Und die werden ja wiederum dafür nicht belangt, wenn sie es tun, weil es ja nicht überwacht ist, das System. Das heißt also, dort können dich dann Leute auch einfach, ja, erledigen, ob sie nun wissen, dass du eine Straftat begangen hast oder nicht. Du bist da vogelfrei. Außerdem gibt es nicht nur eine Konsole. Das bedeutet, auch wenn ein anderer kommt und jetzt sagen wir mal nicht einfach, während du an der Konsole stehst, die Waffe an deinen Kopf hält und abdrückt, sondern einfach währenddessen auch seinen eigenen Hack eingeben will, wird deiner gelöscht. Das gilt immer nur der letzte Aktive. Das bedeutet, dass es da wirklich schwierig werden kann, da fünf Minuten rumzustehen, um das Ganze irgendwie zu löschen. Da empfiehlt sich Teamarbeit, würde ich sagen. Absolut, so ist es. Darum wollen sie auch natürlich hinaus. Wir haben noch ansonsten ein kleines Update zur KI. Nämlich, wie gesagt, Sie können uns unterscheiden zwischen Freund und Feind. Das heißt, Crusader Security mag alle Leute, die keinen Gesuchtsstatus haben. Die Piraten wiederum favorisieren alle Leute, die einen Gesuchtsstatus haben. Sie spawnen jetzt automatisch. Piraten werden versuchen, ein deaktiviertes Com-Array auch zu beschützen, sodass es deaktiviert bleibt, während Crusader Security versuchen wird, ein aktives Com-Array zu beschützen und da auch zu bleiben. Ja, und bei den Spielern hat sich auch was getan, ne? Party-System? Nein, noch nicht Party-System. Noch nicht Party-System, sondern das, was du vorhin schon angedeutet hast, dass nämlich auch Spieler jetzt als hostile angezeugt werden, nicht nur als neutral, wenn sie dich angreifen. Das heißt, du fliegst mit deiner Freelancer brav durch die Gegend, jemand greift dich unprovoziert an, dann wird er von dir automatisch als hostile erkannt und wenn du dann zurückschießt und dich verteidigst, dann kriegst du kein Gesucht-Level dafür. Genau, dann kriegt man sogar noch eine Belohnung, wenn er Stufe 5 ist. Zum Beispiel, das auf jeden Fall. Aber du wirst auf jeden Fall auch nicht in einem überwachten Raum als gesucht erkannt, wenn du dich verteidigst und jemand anderes hat dich angegriffen. Was passiert denn, wenn ich jetzt selber Gesucht-Level habe, aber die Piraten bekämpfe? Das habe ich noch nicht ausprobiert, das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Vielleicht ist das einfacher, weil man sich nur mit Crusader beschäftigen muss. Ja, das kann sein. Schreibt uns das mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr das ausprobiert habt, was dann passiert, wenn ihr also selber gesucht seid, die Piraten euch eigentlich gar nicht angreifen, aber ihr dann die Piraten angreift. Das haben wir noch nicht getestet. Gute Idee. Leute, probiert das auf jeden Fall mal aus. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den du eigentlich noch sagen wolltest, nämlich dem Party-System. Jetzt mache ich das wieder gut, hier mein Moderations-Schnitzer. Partysystem, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt endlich 24 Leute, die joinen können ins Spiel und tatsächlich die Party-Einladung funktioniert jetzt auch. Wenn ihr jetzt Freunde einladet, bis zu 8 müssten es sein, dann, also wenn sie alle in der Party drin sind, dann kann ich über die Auswahl des Universe mit ihnen zusammen joinen. Einer startet als erstes ins Spiel, die anderen Plätze, wenn er in der Party ist, werden dann gelockt, kurzzeitig quasi für die Party bereitgestellt und die anderen müssen dann nur noch unter Universe die Quick-Join-Option anklicken, sobald der Freund erscheint. Ja, das bedeutet, für zwei Minuten, wenn ihr also der erste von euch joint in eurer Party, werden für zwei Minuten die Plätze reserviert, das Partysystem sucht nach Servern, wo nach Möglichkeit eben genug Platz ist, um alle reinzubringen. Zwei Minuten reserviert ist diese Plätze, da haben die anderen Zeit eben hinterher zu joinen sozusagen und haben auf diese Art und Weise auch die Möglichkeit, diesen Server sofort als oberste Auswahlmöglichkeit zu sehen, um eben dort hinterher zu kommen. Übrigens, wenn die Party dann, wenn jemand die Party verlässt, indem er sich auslockt oder, was ja auch hin und wieder passiert, das Spiel abstürzt, bleibt er doch für zehn Minuten in der Party drin, damit er die Möglichkeit hat, nachzujoinen. Erst dann wird er komplett rausgelöscht aus dem System oder wenn es nicht anders geht und ihr wisst, der Freund will offline gehen und ihr wollt zum Beispiel den Platz für jemand Neues freimachen, könnt ihr den als Partyleader auch jetzt kicken. Schönes System. Ja, sehr schön. Wir haben es auch schon getestet. Es funktioniert hervorragend. Ja, das wird auch unser Let's Playen deutlich vereinfachen. Nicht mehr gleichzeitig drücken und hoffen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier wirklich in der Multiplayer-Umgebung zusammen zu spielen und es funktioniert erstaunlich gut, das System. Ja, muss man ehrlich sagen. Es sind natürlich auch momentan nur ein kleiner Kreis von PTU-Testern, aber dafür sind es auch nicht alle Server, die für benutzt werden. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema, was dich vor allem sehr interessiert hat. Das sind die neuen Schiffe. Ja, auf jeden Fall. Das war auch ein riesen, ein riesen Ding mit den Schiffen. Wir haben jetzt die Xi'an Scout Katual. Ja, die haben wir jetzt hier schon Hangar-Ready. Wunderschönes Modell. Lohnt es sich anzuschauen. Das ist schon im PTU drin. Im Hangar ist noch ein bisschen so von der Helligkeit noch nicht ganz optimiert. Sieht sehr dunkel aus, das Schiff. Aber zumindest viele Animationen funktionieren schon. Die Treppe schwebt etwas. Haben wir uns auch schon angeschaut im Hangar. Ja, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dann als nächstes, wahrscheinlich sogar noch wichtiger, ist die Sabre Flight Ready. Dieser mittelschwere, nein, dieser leichte mittelschwere Jäger, immer falsch rum, jedes Mal. Der ist jetzt auch schon im Spiel drin, Flight Ready, und wird gerade getestet. Hat noch sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Die Schildflächen funktionieren nur nach vorne, nur ein Teil des Schilds. Mit dem A-Update übrigens schon nicht mehr. Habe ich heute gesehen. Schon wieder? Oh mein Gott, schon wieder obsolet, was ich erzähle. Also, jetzt habe ich noch nicht testen können, aber anscheinend sind die Schilde jetzt vollständig. Aber das Schiff ist gerade erst noch in der Überarbeitung. Also, wenn ihr die Folge seht dazu zu uns, die ist wahrscheinlich in der Woche, sieht es schon wieder anders aus. Ja, genau. Also, gerade die Cockpit-Scheiben sind immer noch sehr verspiegelt. Auch jetzt noch aktuell im PTU-Patch. Also, von daher, da muss man wirklich warten, bis das alles ausgebügelt ist und getestet ist. Im Live-Patch wird es dann viel besser sein. Ist aber, finde ich, schon ein sehr spannendes Schiff. Und ich glaube, da werden wir uns auch viel mit beschäftigen in Zukunft. Es fliegt sich wunderbar, hat aber anspruchsvoll, sage ich jetzt. Bevor ich jetzt anfange zu dozieren, auch andere Schiffe wurden jetzt im Balancing-Prozess überarbeitet. Ja, das freut mich sehr. Da wird gerade extrem viel getan. Das heißt hier, das Cruise-Speed zum Beispiel oder das Combat-Speed wurde angepasst von den Schiffen zueinander. Das ist gerade so der Fokus in der Arbeit. Wer das interessiert, der sollte sich die Patch-Notes durchlesen. Wird bei SCB auch bei uns erscheinen. Ein Artikel zu, den wir dann verlinken werden. Da ist im Detail nochmal ein bisschen mehr dazu, welche Schiffe betroffen sind. Ja, genau. Und da wolltest du eigentlich auch auf jeden Fall erwähnen, dass es ein Schiff gab, was du den Leuten nochmal ins Herz legen wolltest. Das freut mich auch sehr, weil die Gladius jetzt, so wie es aussieht, ja, ist ja erst PTU, könnte das schnellste, die schnellste Jäger werden. Der ist nämlich jetzt schon mit 280 Meter die Sekunde deutlich schneller als vorher. Ja, und zwar, also wirklich merkbar. Und das ist natürlich eine schöne Sache, gerade weil wir in unserem Schiffsguide da sehr viel Kritik dran geübt haben. Also das nimmt anscheinend gerade die richtige Richtung mit dem Schiff und auch das werde ich jetzt wieder testen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten übrigens, wie gesagt, die Patch-Notes werden sonst vollständig von unserem SCB-Team auch übersetzt und für euch rausgegeben. Es gab natürlich noch viel mehr Veränderungen. Wir haben jetzt wirklich das Wichtigste für euch erstmal erklärt. Es gab FPS-Animationen, die völlig verändert wurden, da mit dem Cover-System und der ganzen Bewegungsablauf wird neu. Es gab Veränderungen im Social-Modul bei ARCOP, wo es Fixes gab und wo es Veränderungen gab dazu. Und es gab, naja, auf jeden Fall viele, viele Inhalte, die wir jetzt gar nicht alles im Detail ausführen können. Wenn euch das interessiert, geht auf den SCB-Artikel. Ja, und dann haben wir dann am Ende nochmal noch so ein Ding, wo wir jetzt uns überlegen, dass die da vielleicht eine Strategie mitverfolgen. Wir haben beim letzten PTU-Patch, beim letzten und ersten Monthly-Patch, würde man sagen. Das war der erste monatliche Patch, den sie umgesetzt haben. Da war es so, als dann der Live-Patch kam, kam nochmal eine Überraschung hinzu. Das war die Vanguard. Vanguard, genau, die dann auf einmal Flight-Ready war. Die wurde Flight-Ready. Das war ein Überraschungsei, sage ich jetzt mal. Und wir spekulieren oder wir glauben oder wir halten es durchaus für möglich, dass das auch jetzt wieder passieren wird. Eventuell kommt ja da ein anderes wunderschönes Schiff noch in den Hangar am Ende zum Live-Release. Könnte sein. Also von daher, wir werden auf jeden Fall die Neuigkeiten verfolgen. Was sagt ihr denn dazu? Was könnt ihr euch denn vorstellen, welches Schiff denn dann kommen würde? Genau, so ist es. Und wir werden euch natürlich versuchen, in den SCB-Verse-Reports dann up-to-date zu halten, wenn wir irgendwo Spekulationen finden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das jetzt versuchen, immer mit dem Live-Patch noch irgendwas zu pushen, was noch im PTU überhaupt nicht erwähnt. Ja, das wäre halt so eine Tradition, wo man die Leute halt nochmal richtig hypen könnte. Fände ich auch cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, also dies waren jetzt die Patch 2.2 Features. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte rein in die Kommentare. Wenn ihr selber, wie gesagt, Ideen habt und selber auch Erlebnisse habt, bitte auch gerne uns mitteilen. Da freuen wir uns sehr drüber. Liked und disliked uns. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann abonniert bitte den Channel. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt und sagt, wir finden die Arbeit, die ihr hier macht, total gut und wollen euch persönlich da auf diesem Weg weiterhelfen, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Da findet ihr vielleicht auch noch was, was euch interessiert. Gut, in diesem Sinne, coole Sache. Und wir bleiben einem bei und ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne verabschieden sich Wiesen und Sawyer jetzt mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!